Tja, 14. November 2017, das heißt, in zwei Monaten wäre ich 85, wie Zeit vergeht. Aber mein Glaube, ich hatte eigentlich mehrere Glauben, aber eines hat sich gefestigt bei mir. Ich glaube, Glaube und Religion und Politik, das sind die größten Huren der Weltgeschichte. Was soll's? Ich glaube auch. Ich glaube an die Natur. Ich glaube an das Meer, ich glaube an die Blumen, an die Berge. Aber ich bin nicht so arrogant und schiebe das einem einzigen in die Schuhe, das ist eben die Natur. Ich glaube an meine Familie, an meine Kinder, auf die ich verdammt stolz bin. Aber man soll das Leben nicht so ernst nehmen, denn am Ende kommst du sowieso nicht lebend davon. Das ist so ernst.